111 Himbeeren Endlich, endlich kann ich sprechen. Hatte ich schon gesagt, dass die Schauspielerei einen Krieg gegen mich führt? Meine Depesche wurde erhört. Endlich sprechen. Sprechen und noch besser, ohne unterbrochen werden zu können, der maximale Friedensschluss. Schön, dass es ohne Strumpfgeld funktioniert hat. Ja, bloß kein Fader Dunst der Langeweile. Ich liebe es, deine Leidenschaft. Ich meine, hören hier Menschen zu? Ich meine, die Humanität muss gewinnen. Ja doch. Humanität, das ist ein gutes Stichwort. Danke. Wir können ja dann gleich zu Dr. Barton überleiten und dem Publikum die Frage stellen, ist sein Verhalten gegenüber Yvonne human gewesen? Gegenüber der Gesellschaft? Oder ist die Gesellschaft inhuman ihm gegenüber? Oder ist er einfach selbst inhuman gegen sich selbst? Ich bin es nicht mehr. Ich spreche jetzt. Endlich. Fragt sich nur, ob ihr mir zuhört. Unsittlichkeit, da denken die Hörerinnen und Hörer gleich an Freudenhäuser und Champagner. Gibt es dort auch Heuchelei? Was ist dagegen das Laster der Liebe? Wer Liebe bekämpft, führt einen unerbittlichen Kampf. Oder ging es um Polygamie? Polygamie ist eine Fata Morgana. Es gibt nur Lust und keine Lust. Schöne Gefühle und das Nichts. Nihilisten hatten zu viel Nichts um sich herum. Vielleicht hätten Freudenhäuser sie gerettet? Hm, bleibt die Frage, ob sie sich im Nichts freier gefühlt haben. Schopenhauer sicher nicht. Mir hat immer das Pferd gefehlt. Isabel, hast du gehört? Wann rettest du mich? Moral ist wie Sand unter den Hufen. Da kommt kein Pferd mehr voran. Ja, du versinkst einfach. Wenn du Pech hast, rollt das Pferd noch auf dich, bevor du absteigen kannst. Moral ist Krieg. Sittlichkeit ist nicht etwas, was mit Freiheit zu tun hat. Ist das ein Rechtsgut? Freiheit? Steht das nicht im Grundgesetz? Ich meine jetzt die Sittlichkeit. Menschen sind dumm. Sie haben es erst vor etwas über 100 Jahren geschafft, zum Mond zu fliegen. Warum sollten Sie wissen, was Sittlichkeit beinhalten sollte? Sie bekämpfen damit ihre Scham. Sie töten damit ein Gefühl, das sie nicht mögen. Seitdem ich hier über Dr. Barton sprechen muss, kenne ich verschiedene Arzneien. Meine Feldapotheke ist randvoll. Du könntest alles wegwerfen, wenn die Humanität nicht erkrankt wäre. Hört uns noch jemand zu? Ist das wichtig? Wir können ja über Religion sprechen. Dann haben wir mehr Resonanz. Tugend ist bereits wie eine Religion. Wir haben keine Langeweile, wenn wir festlegen wollen, was tugendhaft ist. Wollen wir das hier tun? Salambo würde zur Blütezeit der Literatur gezählt werden. Würde die Festlegung alle Kontinente einschließen? Alle ohne den korrumpierenden Einfluss des Patriarchats. Ja, die Mitmachenden prostituieren sich gegenüber dem Opportunismus. Prostitution. Was für ein Wort. Hat etwas mit Geld und Sex zu tun. Dreht sich nicht alles um Geld und Sex? Waffen und Rauschgift sind noch relevant. Um Geld und Sex zu bekommen, ja. Prostitution ist ein Idiom. Wir sollten es einfach übersetzen. Vögeln für Geld? Wäre das nicht einfacher? Das würde Sex auf eine simple Standardvariante reduzieren. Das hat Sex nicht verdient. Vögeln, ja. Das klingt wie Missionarsstellung. Ja. Die mannigfaltigen Varianten werden unterschlagen. Mannigfaltig. Schon wieder das Patriarchat in der Sprache. Wir müssen es eliminieren. Dafür sprichst du doch dieses Salambo-Epos. Wir müssen hoffen, dass es entdeckt wird. Allein das Wort Mann wurde vom Autor ja bereits durch die Wir- und Passivform ersetzt. Eine echte Befreiung der Frau. Ob sich das auch in den Übersetzungen der asiatischen Sprache auswirken wird? Diese Weltverhältnisse sind mir zu verderblich. Apropos, wir haben noch Himbeertorte. Mit Joghurt gemacht. Im Kühlschrank. Ah, der einsame Mann. Ohne Kühlschrank ist er verloren. Die Bierflasche wurde im Jahr 2077 durch die Himbeertorte ersetzt. Gibt es weitere Errungenschaften? Salambo erschien. Farbenfrohe Dichtung und Prosa. Mit verschämtem Getöse traf es die Wahrheit aufs Trefflichste und tarnte sich über die Kunst. Wollen wir für morgen etwas übrig lassen? Für mich nicht. Und auch nicht für die Menschenwelt. Vielleicht für die Götter? Opfer bringen? Die Zeiten von Hellers wurden doch überwunden. Ich fühle mich jeden Tag als Opfer. Menschenopfer. Soll ich dich gleich verspeisen, vor oder nach der Torte? Erst, wenn sich die Farbe der Sphinx ändert. Das passiert nur alle 427 Jahre. Mein triebhaftes Dasein hat sich an den Küsten der Halbinseln totgelaufen. Das ist die Ursache deines Erfolgs. Warum reden wir hier eigentlich über mich? Ich bin doch der Sprecher. Du meinst der Krieger, der seinen Erfolg durch Vorrücken mit eingelegter Lanze in der Phalanx bestreitet? Ist das der Feminismus, den ich mitverteidigen soll? Warum Feminismus? Vielleicht spreche ich gar nicht als Frau zu dir. Das wird mir jetzt zu anstrengend. Hast du noch ein Stück für mich übrig gelassen? Dieses hier mit den größten Himbeeren natürlich. Warum musst du mir immer mitteilen, warum ich dir diene? Ich mag diese Farben. Sie überstrahlen meine Hoffnungslosigkeit, meine Wünsche in eine Form und Verfassung zu gießen. Ohne geschlechtliche Autorität. Ohne, dass du eine nackte Vagina in Gedanken vor dir siehst. Aber ich danke meinen Schenkeln, da sie die gewohnte Ordnung wiederherstellen. Ich wäre froh, wenn es diese Wertspiele, diese Künste der Musen alleinig als entscheidende Kraft gäbe. Warum ist nicht alles schon gesagt? Warum werden die Frauen nicht einfach als Sieger anerkannt? Die Himbeeren sprechen doch eine deutliche Sprache. Die obersten Richter haben das Vergnügen unterschlagen. Kriminalisten verfolgen den beliebten außerehelichen Beischlaf. Irgendjemand fühlt sich dadurch immer beleidigt. Ist es nicht sonderbar, dass ich für Vögeln das Wort Beischlaf verwenden soll? Nur damit niemand rot wird. Können solche Menschen überhaupt... Ich meine, sie haben ihr Sexleben doch bereits umgebracht. Sie gaben es in die Obhut der Behörden. Ja. Mit Moral als Handschellen. Und niemand weiß, wer die Handschellen angelegt hat? Ja. Es geht um das gute Gefühl mit den Ketten. Es ist eine künstlerische Entwicklung. Wenn du mit Vergnügen mehrere Torten vernascht. Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren mit Sahnecreme. Geht das mit Handschellen? Nein. Salambo hat sich von den Ketten befreit. Sie ist ja auch ein Überwesen. Ja. Wir dürfen hier nicht mehr verraten an dieser Stelle. Das erfahren die Hörerinnen und Hörer erst, wenn sie tiefer in der Materie... Du meinst, wenn sie nicht mehr selbst wissen, wer sie sind. Laut Überlieferung ist das dann im nächsten Zeitalter. Wenn wir die Heuchelei ausblenden könnten, würden sogar wir es noch erleben. Aber so... Wo denkst du hin? Wir brauchen als Trost daher viele Himbeertorten. Magst du noch ein Stück? Dr. Baden hält sich an Whisky. Hat er keinen Kühlschrank? Bei seinem Gefühl des Verbandseins bräuchte er eine Gefriertur mit mindestens 250 Liter. Da passen dann die Torten für eine Woche rein. Vorrat zur Erhaltung des Seelenheils. Du meinst, du könntest ihn mit deinen Himbeeren retten? Nicht nur ich. Alle Himbeeren. Wenn Journalisten über Polygamie berichten, klingt das immer abwertend. Du liest zu viel Salambo-Texte. Ja, stimmt. Es ist ja nur eine Himbeertorte. Himbeertorten machen süchtig. Die Sucht der Lust. Wollen wir wirklich für morgen nichts übrig behalten? Dass du diese Entscheidung jetzt mir überlässt, haben Feministinnen einst erstritten. Es wäre schlimm, wenn die Natur des Weibes länger geknebelt worden wäre. Deine Polemik ist wie ein Gewissensbiss einer sexverteufelten Religion. Weib oder Frau. Eine Himbeere ist eine Himbeere. Du hast eine lückenlose Ethik. Warum haben wir nicht diese weiblichen Erkenntnisse für alle Heilslehren zur Verfügung gestellt bekommen? Ein lüsterner Blick einer Frau ist siegreicher als hunderttausend Panzer. Warum dann Heilslehren? Sie sind obsolet. Frauenhasser sind zusammengeschossene Panzer, deren Kanonen keine Wirkung mehr erzielen. Huren geben ihnen Trost? Sie sind Göttinnen. Der männliche Naturtrieb macht sie zu diesen. Sie werden es verneinen, die Heuchler, bis zum letzten Stoß. Wir müssen an die Grenze des Humors gehen, um Wahrheiten zu kommunizieren. Die triumphierende Entfaltung des zusammengeschossenen Kanonenrohrs durch eine Hure. Göttin. Die Heuchler erblicken trotzdem das Himmelreich. Es lügt nicht. Da sind wir wieder beim Blick dem Lüsternen, der Frau. Ja, bei den Himbeeren, in der Welt der Waffen. Ja, bei den Himbeeren, in der Welt der Waffen. Ge hundredatten, in der Welt der Waffen. der Schmack-Öfkissene Gisle und der Güneß sie ihm verhiert.